Look at me! Ich lese eigentlich nur ein. Palemteam ist hungrig. Die ganze Zeit haben die... Also sobald du auf dem Geil fliegst, will er eigentlich auch nur noch fressen, ne? Irgendwie der Füttern hier ist recht. Aber gar nicht zu viel. Bedeckt das rohe Fleisch. So, passt. Oh, es wird dunkel, glaube ich. Ne, es war nur Schatten hier. Ja, jetzt bin ich mit zwei Schüssen umgebracht, sorry. Sorry, 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 sorry. Mit dem alten Wogen echt gar kein Schaden. Das ist krass. Ey, warum hat mein Maywing angegriffen? Äh, Nightwing. Vier. Angriff einstellen. Oh, was habe ich denn getroffen? Das Mammut ist aggro? Oh. Ups, ist weg. Muss los. Hab Mammut aggro. Hat mich halt einmal angeschossen, nur das Schild weg. Sonst nicht. Schieß noch, warte mal. Na kurz, schau, wie viel Schaden ich auf ihm mache. Latt mal nach. 47? Oh Gott, das kann ich Ihnen hier machen. Wenn mich nicht drei Lukis zeitlich auch noch angreifen würden. Angriff. Yo. Was war denn das für eine Fähigkeit gerade? Scheiß, ich hasse dieses Oberteil. Ich kann da nicht, ich kann die Uhr nicht unter das Oberteil tun und drüber stört's. Das sind diese Viecher. Diese Asteroks. Okay, wurden alle umgebracht, die ich eigentlich holen wollte, wie du mir gesagt hast. Das Mammut ist immer noch aggro. Wusste nicht. Das Mammut hat aber keine Bossleiste. So. Ich bin beim Bosszeichen dabei, weil es so hoch ist, schätze ich mal. Ja, nehm ich auch an. Ich verstehe halt nicht, warum mein Chill-Chill-Chill-Chill-Chill-Chill-Boll hat das ja immer noch. Ich bin echt irgendwie, irgendwie rumgekommen. tot ich zieh mir das ich konnte es nicht ausweichen diesem scheiß mammut ich hab's nicht gesehen man oh mann schießt wenn es wenn es oben ist schon fast mammut auf zehn prozent so eine kacke irgendwie war das gerade und also dass du dann also das ist so nervig wenn du darauf achten muss dass du das ding nicht hüttest aber doch fängst und dann weißt du der eine aus deinem anderen nicht und also oh man ey und dann gehen ihm auch kein gleiter mehr hier also voll durchschießen mammut easy aber mit immer wieder warten und schauen und gucken dann tust du die ja in der in der kugel haben und die schießen ja trotzdem noch ihre fähigkeit ja das ist auch wild habe ich hier wilder vor mir ich habe keine waffen mammut schießt so grüne tornados und die denen ist es auszuweichen aber mit dem zoom und den schiefen davon dem dass es oben ist habe ich das gesehen aber irgendwie konnte ich dort schon keine ahnung also ach so weißt du wenn ich dort schon konnte weil meine taste ja nicht mehr die taste ist ich habe die maus noch nicht umgestellt natürlich kann ich dort schon ja drinkelig so nächste drücke ja lol warte natürlich kann ich dort schon ich musste wieder einstellen dass diese eine maustaste hier anzeige zwei nach vorne die da die taste zieh ist ja natürlich hab ich hab ich hab nie gedacht irgendwie dann aber nur beiseite gegangen gott das passt dann erst einmal ach dass diese kack vögel einen immer angreifen na ja die von oben ja hier muss level 9 diese komischen feuer der bogen macht echt keinen schaden auf der dreifache nicht wie du kommst raus ich verarschen ich weiß echt nicht ob es ist the way to go ist mit diesen komischen fliegelfiechern die stören halt ungemein was die sicht angeht dachte ich ich tue nur in zwei slots was damit ich es einfacher habe dass der einst also also erstens laut armbrüste weiter der dreifachbogen aber man kann ja trotzdem scrollen ins nichts ja hat nichts in der hand hält aber was ist denn das für ein baumeuler lebt ihr der zu der zu kastanien hier ich hab so magischen baum gefunden ja da gibt es diese geilen früchte mit denen du den pokémon attacken beibringen kannst einfach abhacken oder was ne die früchte pflücken ich komme nicht hoch ach so warte mal f drücken elektro frucht plasmatisch der f drücken ok so jetzt suche ich immer noch nach hier ach so hier lol hier ist dein ding hier ist das was du mir vorhin gezeigt hast aber es sagt mir nach oben 100 meter geht doch gar nicht ne ist das gerade aus ne hä wo ist denn hier bei mir ist der punkt in dem dorf oder was ja ich sehe ich sehe ich bin ich war nur ganz oben es war irgendwie 184 meter es war gefühlt neben mir anscheinend der greift dich irgendjemand an oder schießt du auf das das wird ein dorf mit käfig endlich krass daja wolf hier befehl zum angeln und die schießen einfach ach so die haben ja auch was getroffen du warst du ja ja musste weg musste weg nicht gewusst dass wir mal neben mich grad schmeißen ich habe mir angewöhnt halt an visier zu schießen lassen noch weniger vor muss ich gar nicht ich glaube hast du keine vorteile auch so nur so ein kleiner chiwi kacke den wir euch von anfang an schon hatte so einen besten helfer so ultra geile martigy da habe ich aber leider nur eins und dingen gefangen ich habe mich auch eingefangen ab so ja fällt mir nicht eines war feuer fuzzi ist das ist das ist das frost der hier der sui ja ich sehe halt nichts digga also diese typen tun immer vor mich rum schweben siehst du das wenn ich hier schießen will ich sehe halt nichts aua echt ein anderes nehmen ja okay ich habe ein grünes noch zwei na geht jetzt jetzt geht es geht ich hasse diese typen die schweben so mich herum und dann will ich anvisieren dann schieße ich habe manchmal auf gut lag und so habe ich auch das mammut ding nicht gesehen ja hier ist noch einmal eine gewesen und haben wir den erschossen aus versehen genau unter dir gewesen so ein großer sonst wie es lieber ach hier ja vielleicht wegen der typen nicht gesehen hier und automatisch nicht einfach nach immer ich mache gar keinen schaden das gleiche wie ihm nie oder der ist größer auch vor sich hatte gerade geschaut was für bell ich habe deswegen gerade nicht aufgepasst schweber ich dachte vielleicht drüber die zur kühlung hin yo 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 chill natürlich hat sie nicht nachgeladen oh mein gott und dort durch einmal lädt sie nicht sonst nein schick sie der war auf zehn prozent oder so ja der hat mich hat angeschossen ich habe nachgeladen ich muss halt immer manuellen nach links geht halt nicht nach von alleine nur wenn du an wie sie ist eben so komisch ist diese eine dann ein großer reich zu hause schauen so jetzt muss ich diesen einen punkt denn da war welche farbe bin ich überhaupt grün gelb grün dann ist das ja die richtung ist mein schau wieder nicht so weit gestorben ach so der punkt ist richtig ich bin grün bei mir du bist bei dir grün vielleicht ja bei mir bist du grün ich bin gelb jeder ist bei jeder sein eigenes grün ja ja deswegen verwehrt nochmals statt oder was hier sind noch solche eine menge die kühler wie nicht getroffen wieso lädst du denn nicht einfach nach nach dem schuss so habe ich denn so probleme mit dem muss ich immer manuell er drückt und wenn ich rechte maustaste drückt zwar wie sie automatisch nach auch sich dort stand während des nachladens dann nicht und sind ja noch ein paar von denen hat sie nachgeladen ja das ist halt magie ja das ist einer ganz low ja dann kann ich retten zu lad halten oh mein gott ich lauf zwei tagen mit dem ding in der hand rum der liebte ich nach ich hole dich ja ich wollte nur schnell 90 sekunden glaube ich der 89 prozent die kommen raus na ja 77 habe alle krass du kannst es auch nicht also du kannst diese schüssen hier auf dem mauer oh fuck beim retten wurde ich angeschossen ich ist jetzt gleich durch warte ich muss die kurz also ich weiß ob du noch zeige es geht nicht anders krass man also diese elemente sind hart ja das ist wahnsinn und dein schild fühlt sich nur auf wenn du bitte wenn du 100 gesundheit hast du das vor ich glaube ja keine ahnung ich dachte so ein halo schild sich immer auch erfüllt ich sehe nix dunkel da pennt nochmal hier die richtung fuck das ist die richtige richtung ja nur zu status punkte und das für welche haben wir die schon ne na wingo wingo zango auch ziemlich low hä die sind viel ich sehe nix hallo ich habe schon einfach einen mit hud aber es ist nicht der oder äh ok sein kumpel ist das egal ja was ist denn 98% sogar gelbe da kommt raus kannst du wie jetzt drittes gelbes jetzt für den hundertprozentig verdienen da ist so ein feuerfuchs feuerhund in dem ding dran geil da ist so ein feuerfuchs in die treppe geschossen soll ich auch mal so einen haben soll ich hab dann so war genug grillparty zu hause ach die sind 13 vielleicht halten die das hier aus auch tot 13 12 solche sonst schießen dreifachbogen ist zu schwach vielleicht überlegen überlebt man das scheint der dreifachschuss einmal voll und einmal ein bisschen der normale bogen brauche ich nicht einfach wieder wegschmeißen so als bin ich immer noch nicht da und wo ich hinwollte das dunkel ja ist das darunter wo der baum ist auch da ist ein grünes ding beim baum in der mitte das ist eine goldene kiste das ist noch so großer mit drei kleinen warum ist der so groß der ist auch immer viel höher im level passiert mit dem ersten schuss sagt krass das ist ja hier doch die nächste man die sind halt im weg kann man das irgendwie nicht besser handhaben also ohne scheiß die sind halt echt immer vor mir also die sind vor mir ich kann nicht anvisieren musste das mal zeigen ich schicke mal ein bild da rein wie es ausschaut bei mir die ganze zeit dann genau wenn ich anvisiert sind sie halt genau wie sie die ganze zeit sind so vor mir links rechts laufen da sind sie halt immer in mir sogar sogar in meinen chart drin ja so ne komische ding live munk statue so hier ist noch so ein blaues teil der grünes teil ja das grüne teil der ecke habe ich schon an die dabei ist beim bäumchen oder ist ein wurm level 45 boss ok da wollen wir also nicht hin angriff einstellen ich weiß nicht ich weiß nicht ob der ob der ich habe meine typen mal auf auf ding gestellt passiv hier sind mehrere dieser bosse aber halt nur in klein das ist ein namens jormund tight ok die klein heißen surfend 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 let's go surfend im radio ich greife jetzt einer seiner kumpels anschauen ob die ob der dann böse ist ja lad halt nach du ich treffte nicht im wasser der ist immun und ich sehe nichts wegen diesen viechern hallo ich war fast tot hier und nächster schießt mich an digga die lädt nicht nach ich fordere wenn sie die waffe in der hand hat soll sie immer nachladen und nicht da stehen und dass die mir im weg sind die anderen 29 leben die fliegen in meinem chart drin und ich sehe nicht das kannst du nicht vorstellen wie scheiße das ist die fliegen im wie soll ich denn hier was anvisieren du wurde also das ist so schlimm mann ich kann dann auch nicht deutschland jetzt links der baum da weise nicht wo der baum ist da sind die wir noch ein screenshot die sind dann in mir guckt man das an ja ich kann nichts machen hammer hammer und ich kann die auch nicht kurz weg packen ist das problem naja würde ich ja gerne machen so läuft aber ich habe mir gesammelt die ganze restung geschädigt wenn ich jetzt eine rausholen da draußen sind trotzdem noch hinter mir das hat ein aktiver klingt mir nichts so unangenehm so unangenehm weiß nicht was das soll mit dem dann kreisen die halt um mich herum dann sehe ich den den ich nicht anschießt nicht ich sehe nicht links und rechts wo irgendwelche sachen zum deutschen sind ich sehe gar nichts mehr und sonst sieht es auch weiß ich mein aus der laufen schwefel nämlich mit wenn es geht ich kann überall hochkriechen wer ist der ich kann noch mit dem trupp andere vier rumlaufen der kleinen es gibt noch solche ich habe noch so eine route mit vier anderen also ich habe aber nicht vier von den viechern mal gucken mal gucken ich finde es halt geil weil es einfach für free ist die rauszunehmen dann naja aber wenn es für free nervig ist weiß ich auch nicht hier und die jacke bin so habe ich nachgeladen warte ich muss mal nachladen aber schon jetzt also die die kampfsteuerung von den jungs ja ich fühle es auch nicht so deswegen bin ich auch auf keiner auch mit der vier dann mit vier drücken meinst du ja ja das mache ich auch nicht immer die schießen die schießen als ersten schuss da wo du hinschaust und dann schießen die halt irgendwo hin haben wir schon sein hast du schon sein naja warum noch zwei aber ich muss nachladen und oh flammenwerfer digger ich meine so ein so ein ähm ja das ist ein zivilvogel so ich habe keine schütze mehr auch deswegen schießt du nicht mehr warte jetzt wechseln hier auf knüppel oder so knüppel und mein knüppel hier nicht einfach mal los schießen oder ich knüppel hier einfach so wow 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 Brenne ja meine sind passiv die schießen nicht mehr ich muss hier noch mal muss noch mal auf angriff befehl selben gegner ja dann schießen sie einfach denn grün voraus ich muss rüstung reparieren und meine viecher tauschen gegen andere ja ich bin auch komplett kaputt hier ist das speicherpunkt sehe ich rechts von uns 130 meter hier ist ja quasi wo wir hinwollen genau genau hast wir wollen ein stück weiter hinter das ist der ist der oben oder was auf dem berg ja 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 dann also der boss hat ein teleporter als der speicher punkt ist oben und dann was am teleporter zu sich ich kann meinen 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 leidwing nicht nutzen was ist denn jetzt hier schmeißen raus da und wirklich öfter verschwindet wieder in der kugel somit f ist er so als ob ich drücken würde ich drücke jetzt schmeißen raus ist er nicht da wir müssen gar nicht raus aber ist er ist auch nicht da aber jetzt hochwerfen jetzt ist er da hast du wirklich 11 dann verschwindet wieder ich wollte heute hoch fliegen relaxes aus was was hatte ich hatte brontosaurus ich hatte mich in raxus dafür jetzt finden wir alles am namen einer war anders oder meiner war broncheri genau im monstheri maxus oder es ist genau das pandora zu als man glaube ich den könnten ganz holen oder was kriegen wir hin ist für level 19 17 hast du schüsse ich habe gar keine mehr ich habe das jetzt hier hast du noch 13 das reicht für den erstmal nachladen ich schieße mal kopf und schau wie viel schaden ich mache von dem 19er links nicht wackeln 206 jo kommt mit alle hoch was passiert hier alles 92 prozent angriff einstellen habe ich gemacht 76 prozent rausgekommen hallo fast 45 76 prozent 89 prozent tot als da habe ich schon das mehr wieso mehrfach einfach im ding gefangen im sterben also beim tod was ist mit dem andere das verreckt oder hast du den jahren fangen keine ahnung so ging alles so schnell ich habe geworfen geworfen kann sein dass man hier die wand hoch dieses dieses normalerweise können die tiere ja mehrere fähigkeiten meine schatten viecher schießen alle zehn minuten einmal und treffen halt dann auch nicht immer wenn ich jetzt guckst die klippe auf der klippe lag ich was ich hinter dem camp auch hier sagt was vom teleport und ist das muss man gucken was für level der boss der boss ist da ist ich glaube ich und es geht die tenn die tenn wie schnell der nachlebt jetzt wieder aber wenn ich einmal bewegst und dort schon ist es schwierig ist eine andere sind als sind okay das sind die gleichen aber anders oha sind gar nicht die die gleichen die wie die chili also anderen da macht blau 21 prozent daneben geworfen noch mal daneben weil der ding gedacht oh mein gott ich diese vier jahre du glaubst nicht richtig hast ich muss die löschen ich baume jetzt so ein schlachtwein und schlachte die no joke fickt diese viecher so machst du okay wenn mich geglaubt mit blau ja da hat gebrannt deswegen ok das ist das schlimmste wenn sie sich einfach ding ist und jetzt noch so ein weiblicher raster saurus 31 ok der bosch 74 88 100 99 sehr gut so dann hat nach hause oder ich muss noch ein bisschen den schar hier hat das noch so eine ja warte mal wir wollen ja noch diesen diesen nightgare gedulden hier die wollen wir haben die in die karte mir sagen würde da bist du wollte das nur meine vier kurz einfach einstecken ich werde so agrograf wegen den vier ich nicht die bau das schweine oder was ist das eine kuh milch mozart blau reicht dann oder er wird sehen ist er nicht tot wenn ich einmal schieß auf den kopf ich war gerade am anvisieren andere farbe 80 prozent mit dem jetzt kam es gerade du genau mit meinem visier das ist ja nicht so selten das passt aber mit dieser mit dem einfüllen ist ja den willst du das sind die wo ich den sattel haben wollte oha ist schon der schicke aus mana würden wir hier die halten aber halt gar nichts aus 79 und machen wir immer schauen wir den scheiß elementen da kann nicht nachladen links ist auch noch was von mir irgendwie so wie schießt ja wahrscheinlich mit also die armbrust ist seltsam sie ist geil zum schnellfeuern auch lädt nach nicht nach wenn du nur ganz bisschen irgendwas deutschen muss dann bricht der komplettes ab und bis er dann wieder nachleidestellung ist ist vorbei da macht dann das auch nicht okay jetzt ist mein schild oben obwohl ich nicht 100 prozent bin ja diese ich muss ich habe so ein viecher aber ich habe kein ding von denen keine infos weil du dir nur gezähmt hast ok tot wie diese alle fädchen druckes quarktiecher da wasser haben die ja 92 prozent wird sich verarschen glaube ich fange jetzt an mit sprach mit sprach nehmen muss frei ist gott ich hasse sowas aber wenn ich im streamer und immerhin und herrt haben und schreiben muss ist blöd kurz handy in hand blablabla weg weil ich schreibe jetzt nichts mehr ich sag das dann nicht jedes mal eine privatsachen sondern ich sage nur kurz irgendwas aber es dumm ist das ding ist mein handy ist halt schon in missbrauch stellung von anderen programm doch mal da ist ja die fiecher machen zuckerwatte ja da ist geantwortet oder nicht kurz herkommen kann das roman schreiben muss hier karte finden da ich will meine viecher schlachten so jetzt hat zuckerwatte ich sehe sie vor bis vor meinen augen gestorben das sah so geil aus ja ich komme zuerst die kipps bevor ich dich rette was der prioritäten und so das tun wir schon auch anschießen oder wenn die verlevelt 15 haben doch theoretisch direkt hinschmeißen oder 78 90 kam raus ja kann ich treffen ich war auf 90 patienten und schon wieder 1991 ist fertig so ich habe ich habe meinen letzten gelben verbraucht weil du kurz vorher geworfen hat es ja er macht du jetzt du hast du noch nicht ich habe nur noch die anderen die blauen keine ahnung was soll denn das und wenn man diese eigene hitze hat noch trifft immer immer wenn man sie fängt jetzt hält es aber endlich ja ja was ist denn da oben noch so wie wir es sind ja nur blätter es da okay hier ist noch irgendwas wildes vorgelegt mana wurm na die die wir gerade gefangen haben der der das fast tot ja ja dann von dem wenn ich abkommen also nicht was getötet haben aber nur durch die blauen hier starb 49 prozent aber es muss doch gehen haben sie wieso sind die alle tot ja weil ich mit den gekämpften somit einer das ja die sind zusammengeflogen hatte ich mich mit denen ich glaube die haben gewonnen deswegen habe ich mich auf fest ich kann nicht ich sehe nicht zu dem weg digga du kannst dir das nicht vorstellen dass du das hier sehen würdest im bild du würdest du würdest aggro kriegen ohne ende da ist jetzt ein baum läuft warum schießt er eigentlich auf mich was hab ich ihm denn getan der previous gegner nicht mehr schießen er ist fast tot ich bin auch fast tot 110 blaue noch und das ist 27 prozent ich habe ja auch 30 der gelben oder so auszugeben und vier der grünen können wir nach hause dass ich meine viecher hier los werde es funktioniert ja kein viel mehr von mir also das kann mit dem ding nicht mehr fliegen die anderen habe ich jetzt gesagt dass sie nicht schießen soll und beschädigt ich finde die tastenkombination beschissen auf dem mount c steuerung irgendwas g lenke maustaste weiß auch nicht die ist noch mal nicht werft und quelle ich habe ja das ist gar nicht der gegner der so laufe wie bist du tut wenn der chill dir noch rumläuft ich glaube ich werde ich werde hier low range wenn man nicht sagt ja ein tier noch ein theoretisch mehr ein gutes so ein boss wieg also habe ich eh schon aber in meine kammer muss man schauen was die andere kann die ich auch habe was für eine route habe ich denn da noch für die floppy's ich glaube floppy sind eh nutzlos hier dieser dieser andere bronto ist hingegen seines unscheinbares aussehens ziemlich wild dieser fall betrachtet alles was ihm unter die augen kommt als beute und macht vor nichts halt bis er ist verschlungen hat kann das reite genutzt werden beim reiten kann der fall eine raketenwerfer benutzen na klar angenehm so haben wir noch welche neuen oder hier der da waren hören der schrille pfiff der mit dem schädelknochen dieses pals erzeugt werden kann sollen nach sollen noch hinter 1000 bergen zu hören sein und wurde im alten schlachten als signal zum angriff verwendet kann als flugte genutzt werden triffst du im ritt den schwachpunkt eines gegners erhöht sich der genommene schaden und kann auch feuer dass ich das ist so ach das ist so ein wie heißt das flammenviech dieser asche zu links der flammen phoenix zu wenig sich ist das hier dann der im wasser der stromlinienförmige körper dieses pals ist bestens für aktivität im wasser geeignet weshalb sie oft von wilderen gefahrenen anstelle von serp benutzt werden kann als wasserreiter genutzt werden beim reiten wird im wasser keine aufzauber verbraucht geil damit kann man den wasserbosten machen ok jetzt muss ich ruten hast du gesagt kann jetzt generator bauen stehlampe stationär der armbrust die johle stelle hin und schießen laufen boss 21 ist so gesagt aber da ist er ja für den sattel habe ich kann ich gleich für mehrere waren für den für beide dinos kann ich und hier springbrunnen kann im lager aufgestellt werden erhöht für paus im lager das arbeitsteuer von bewässerungen und das ist ja so nah ist das 100 bei teilbauen brauchte springbrunnen blumen bietet erhöhtes arbeitsteuer von sammeln ist auch gut ja ich finde das bisschen doof das kann also ich finde der kreis für die eigene base ist ein bisschen klein und die anzahl von viechern ist ein bisschen da kann im prinzip braucht ja mehrere basen braucht der quasi eine für futter du brauchst die eine für dies eine für das anfangs nächste strom 13 vier haben kannst du kannst die viecher werden ja mehr wenn du in der technologie steigst wollte ja immer sagen wir das 20 ja du brauchst ja auch für manche dinge halt endlos ja für die herstellung der sachen der stoff und so scheiß schon aber zu der zu helfen wie zum beispiel flammen die die nur 1 so kann ja bestimmt gut hin kannst du bestimmt gut managen wenn du halt genug hast von stoff kannst du weg packen wie ein das andere tauschen mama gucken wir uns 15 ist ich kann es noch höher einstellen um den allgemeinen radius ja ja das ja aber keine ahnung wenn wir jetzt sagen wir bauen hier daneben an auf der fläche machen wir halt hier die noch mal 14 hin pc set also wir brauchen jetzt zement als nächstes ich kann aber die puls des preis sphären fließband bauen für metall und neger brauchen wir dafür dann können wir wieder upgraden glaube ich und generator muss ich auch bauen genau scheiße metall und nägel erst mal 155 155 metall hier jetzt habe ich den scheiß fuchs hier oben hier wo ist wo du ach da hier so ich habe diesen keine benachrichtigung ja ich höre dass sie alles und das war so nur wenn nicht die leute sollen kommen nachrichtigung kapi das geht schon wurde wo du ist das ist doch wieder weg das da oder ich glaube ich habe ich noch eine eierkiste das wäre angenehm ist denn eh voll oder so ich würde sagen wo bleibt das team zum bauern so elektro tinte hier hey